Willkommen liebe Zuschauer zu diesem Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns hier die Watch 7 Pro an. Das ist eine Fake Apple Watch in der Serie 7. Ich hatte bereits davor auch schon die Watch 7 ohne Pro am Ende. Auch im Test von der war ich wirklich sehr angetan, weil es war eben eine günstige Smartwatch, die eben der Apple Watch 7 sehr sehr ähnlich sieht. Preislich sprechen wir von 45 Euro. Hier bei der neuen Variante, die ist glaube ich auch nur 2 Euro teurer. Und deswegen ist es natürlich sehr interessant, was denn die neue Version denn besser kann. Sie soll auf jeden Fall einen anderen Chipsatz haben, ein bisschen schneller sein. Die Software ist ein bisschen anders. Also gerade auch, das werdet ihr dann sehen, bei der optischen Darstellung ein bisschen sieht es anders aus. Aber an sich sind es beide eben auch 1 zu 1 Fakes. Die sehen am Handgelenk sehr sehr original aus. Von daher wollen wir uns diese Uhren jetzt hier im direkten Vergleich mal anschauen. Ich kann aber direkt auch sagen, falls ihr weitergehende Informationen haben wollt, wie die Uhr funktioniert, vor allem auch wie sie mit dem Smartphone verbunden wird, dann schaut euch dieses Video zur Watch 7 an. Ich werde das jetzt hier oben einblenden. Denn in diesem Video möchte ich hier bei der Watch Pro nicht auf jede einzelne Funktion eingehen, sondern nur eben speziell die Neuerungen und eben auch wie die Uhr denn so grundlegend funktioniert. Das soll in diesem Video also reichen. Denn die Software an sich ist relativ gleich. Da gibt es kaum Unterschiede. Von daher kann ich auch voll auf dieses Video zur Watch 7, zu dem vorgelegenden Modell verweisen. Schaut euch also dieses Video an. Es ist aber noch nicht alt. Von daher, das habe ich auch erst vor kurzem im Prinzip vorgestellt. Von daher, also hier in diesem Video geht es jetzt eben nur speziell um die Unterschiede, wie diese Uhr auch aussieht und wie sie grundlegend funktioniert. Also schauen wir uns jetzt mal an. Und so sieht dann die Apple Watch 7 am Handgelenk aus. Könnte man zumindest fast meinen. Das ist natürlich jetzt hier die Fake Watch. Also die Watch 7 Pro, wie sie denn heißt. Ja, so sieht sie also aus. Ich habe sie hier am Handgelenk. Auch vom Armband her ist das wirklich sehr, sehr original gehalten. Da sieht man eigentlich kaum einen Unterschied. Auch hier habt ihr natürlich wieder dieses Armband, was ihr hier aus dem Gehäuse so leicht rausschieben könnt hier unten. Einfach so ein bisschen rüber schieben. Und dann könnt ihr auch dieses Armband gegen andere Armbänder tauschen. Also auch das ist möglich. Ganz normale Armbänder, die ihr eben auf dem Zweitmarkt kaufen könnt. Die könnt ihr hier in dieser Uhr auch verwenden. Das passt soweit, denn das Gehäuse ist genauso groß. So sieht die Uhr also aus. Wir haben auch hier hinten am Armband dieses Teilchen, was man eben auch so typisch Apple-mäßig kennt. Also es ist exakt dasselbe Armband auch vom Feeling her. Es fühlt sich genauso an. Auch so ein Silikonarmband wirklich sehr angenehm. Auch zum Tragen. Ansonsten, wenn wir uns die Uhr jetzt mal etwas genauer anschauen. Wir haben hier eben auch genau so ein großes Gehäuse, wie bei der Original Apple Watch. Hier habt ihr aber einen kleinen Unterschied. Das Gehäuse ist eben nicht matt gehalten, sondern eher hochglänzend, wie ihr hier schon sehen könnt. Es sieht also auf einer Seite ein bisschen anders aus, aber vielleicht gefällt es auch dem einen oder anderen besser, denn bei dem Original ist es eben matt, beziehungsweise eben wie bei dem Vorgängermodell, das ist es hier eben auch matt gewesen. Ich habe es natürlich hier auch in einer anderen Farbe, aber da seht ihr eben schon selbst, das ist hier tatsächlich matt gewesen. Also falls ihr sagt, dieses Matte gefällt mir besser, dann geht eher auf den Vorgänger. Falls ihr aber sagt, dieses Hochglänzende gefällt mir auch sehr gut, beziehungsweise der Unterschied ist ja nur wirklich sehr, sehr gering, dann könnt ihr natürlich auch auf diese Uhr gehen. Ja, weiter haben wir hier auf der linken Seite natürlich auch noch einen Lautsprecher, auch der hat immer einen Signalton von sich. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite natürlich auch diesen originalen Button, zum einen zum Reindrücken, um die Uhr eben zu entsperren und dann könnt ihr natürlich auch daran drehen, um hier zum Beispiel jetzt die Ziffernblätter zu wechseln. Einfach an dem Rädchen hoch und runter drehen und schon werden dann eben auch die Ziffernblätter gewechselt. Ihr habt dann hier auch noch ein kleines Mikrofon und dann haben wir hier eine Schnellstarttaste, die wir drücken können und dann habt ihr eben so sportliche Aktivitäten. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt gehen auswählen, laufen, Radfahren, also zwischen einer Vielzahl von verschiedenen sportlichen Aktivitäten wählen. Wenn wir dann da drauf tippen, geht es dann auch direkt los und ihr könnt dann hier eure Schritte sehen, eure verbrauchten Kalorien, verbrannten Kalorien und eben auch euren Puls. Die Kalorien sind ja nicht ganz so genau, die Schritte sind recht genau, die Zeit ist natürlich genau, der Puls, beziehungsweise der Puls, entschuldigt, der ist relativ genau, aber auch mit einer Abweichung von 5 bis teilweise 8 Schlägen kann das eben auch mal abweichen. Also ihr habt dann ungefähr einen Richtwert, aber es ist eben auch nicht so genau wie bei der Original Apple Watch. Das muss man ganz klar sagen. Dafür kostet diese Uhr aber auch nur ein Bruchteil vom Original. Von daher, ihr habt eben diese Optik, ihr habt eine schöne Uhr, es ist alles schön aufgebaut, wie ihr hier schon sehen könnt. Ihr könnt hier dann eure Schritte sehen, auch die Kilometer, wie viel das entspricht. Also auch so, das ist alles gut gemacht. Hier könnt ihr auch eine Blutdruck- bzw. eine Pulsmessung machen. Ich halte das Armband jetzt mal schön nah ran, das ist immer sehr wichtig, dass wenn ihr den Blutdruck misst, auch das Armband richtig, bzw. diese Uhr richtig nah an eurer Haut eng anliegt, denn ansonsten ist die Messung einfach auch nicht so genau. Also sofern ihr hier wirklich eine genaue Messung haben wollt, ist es wichtig, dass hier eben auch alles richtig eng anliegt, aber so weit kann das schon hinhauen. Auch hier, wir sind jetzt hier in der 70er Richtung, das haut in etwa hin. Normalerweise ist eher so der Puls bei mir, wenn ich mit einem richtigen Gerät messe, eher so Richtung 60, 62. Aber hier sind wir jetzt, ja, es ist jetzt bei 70, 72 hochgegangen, so in der Art. Also das passt schon so ungefähr, von daher, ihr habt hier genaue Richtwerte, also es ist jetzt nicht vollkommener Humbug, wie ihr schon sehen könnt, 69, also das passt. Wie ich eben meinte, eine Abwechung von 5 bis 8, die ist immer so drin und das ist eben auch hier der Fall. Dann habt ihr hier auch noch das Wetter. Sofern ihr diese Uhr mit eurem Handy verbunden habt, wird das Handywetter genommen, was euch da auch angezeigt wird und ihr habt dann eben hier direkt die aktuelle Zahlen drauf und ihr könnt natürlich hier auch noch weitere Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, ja, so ein Musikplayer. Dann könnt ihr aber auch eure, ja, eure Schlafzeiten hier euch anzeigen lassen. EKG zum Beispiel könnt ihr auch auswählen. Also da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die ihr hier eben auf diesem Screen noch erweitern könnt. Ihr könnt dann weiterhin auch hier einmal nach oben gehen, um euch diese kleinen App-Symbole, in Anführungsstrichen, anzuzeigen, anzeigen lassen zu können. Ihr könnt dann hier in die Einstellungen gehen, den Bildschirm könnt ihr dann dort zum Beispiel einstellen, wie lange die Anzeige sein soll. Zurück einfach wieder nach links, von links nach rechts wischen und dann könnt ihr aber auch noch andere Sachen hier eben einstellen in den Einstellungen. Ihr habt aber hier auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel auch einen Rechner. Ihr könnt also hier einmal, ja, 9 eingeben, ist natürlich gleich 9 oder 3 durch, ja, 93 durch 3, vollkommen egal. Wäre jetzt 31, das passt aber soweit auch. Also auch das ist eben auch hier auf dieser Uhr möglich, so ein paar Kleinigkeiten, die wir hier erledigen können. Und auch eine Neuerung im Vergleich zu dem Vorgängermodell, also zu dieser Watch hier, ist, dass wir hier eben auch Alipay-Unterstützung haben. Das nützt natürlich hier in Deutschland nicht wirklich viel, aber gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in China unterwegs wären, könnte sich diese Uhr natürlich wunderbar eignen, denn ihr könnt damit ganz einfach auch bezahlen. Also das ist also auch bei dieser Uhr eine Neuerung. Schade, dass es eben nur Alipay ist, aber trotzdem auch, dass es eben im Vergleich zu der anderen Watch eine Neuerung. Ansonsten hat sich aber nicht nur Alipay verändert, sondern allgemein ist natürlich auch diese neuere Uhr etwas schneller geworden von dem System her. Es wirkt einfach ein bisschen flotter, ein bisschen stabiler. Auch wenn ihr diese Uhr mit eurem Smartphone verbindet, funktioniert das einfach nochmal schneller. Oder ihr scannt den QR-Code und schon ist es direkt verbunden. Hier hat es dann eben immer noch ein paar Sekündchen länger gedauert. Aber so vom grundlegenden Aufbau ist das relativ ähnlich, was aber auch eine andere Optik hat. Also da wo ihr auch seht, dass das System hier drauf auf der Neuen eben neuer ist. Wenn wir jetzt hier in die Einstellungen gehen, seht ihr schon, dass hier zum Beispiel die Sprache einfach, also alleine hier oben seht ihr es schon, beziehungsweise der ganze Aufbau, der ist bei dieser Uhr einfach klarer. Es wirkt ein bisschen besser. Hier ist diese Schriftart, beziehungsweise es wirkt alles ein bisschen kleiner und ein bisschen verpixelter. Das ist hier deutlich besser sichtbar. Also es wirkt einfach auf dieser Uhr noch ein bisschen hochwertiger auf der neueren Version. Von daher und das eben nicht nur bei den Einstellungen, sondern auch bei den anderen Sachen, die wir uns eben hier anzeigen lassen können. Ich gehe nochmal direkt auf den Home-Wildschirm. Gehen wir mal von hier oben nach unten. Da gibt es jetzt keine großartige Neuerung. Aber wenn wir zum Beispiel mal hier von links nach rechts gehen, auch da seht ihr eben wieder bei der Schriftart Bluetooth-Call. Das sieht eben hier auch anders aus. Das wirkt einfach auf dieser Uhr hier noch ein bisschen besser. Von daher, so vom Aufbau, vom grundlegenden Aufbau, ist diese neuere Variante hier eben wirklich auch nochmal ein bisschen sportlicher und flotter unterwegs. Ihr könnt euch natürlich auch bei dieser Uhr diese Anzeige von der App-Darstellung, also beziehungsweise von diesen Icon-Symbolen, könnt ihr euch anders anzeigen lassen, indem ihr einfach länger auf dem Display bleibt. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch diesen Stil hier wählen. Sieht dann also auch anders aus. Ihr seht, die Performance ist wirklich recht flott. Also da kann man nicht meckern. Hier habt ihr auch eine Taschenlampe. Aber auch keine Sensation, um ehrlich zu sein. Dann könnt ihr natürlich auch noch einen anderen Stil wählen. Also zum Beispiel auch einfach diesen Stil. Der wirkt, finde ich, eigentlich auch immer ganz cool, wenn ihr das so ein bisschen hin und her sliden lassen könnt. Also ihr habt da wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie ihr es euch anzeigen lassen könnt. Das Ganze erinnert natürlich immer an die originale Apple Watch 7. Und auch so seht ihr eben selbst, wie es aussieht. Ihr könnt diese Uhr vollständig mit dem Smartphone verbinden. Ihr könnt dann auf dem Smartphone Musik abspielen. Ihr könnt das über diese Watch hier natürlich auch steuern, indem ihr dann zum Beispiel einmal hier oben, runterzieht und über diese Symbole geht. Dann könnt ihr die Musik auf eurem Smartphone steuern. Oder ihr geht eben in die App-Darstellung, geht hier auf die Musik und könnt dann auch darüber eure Musik steuern. Also auch das funktioniert. Weiterhin werden euch hier WhatsApp-Nachrichten angezeigt. SMS-N, eben ganz normal. Anrufe werden euch angezeigt. Und ihr könnt natürlich auch ein Bild mit dieser Uhr schießen, beziehungsweise über euer Smartphone. Und das eben hier auf der Uhr auslösen. Also auch das ist möglich. Da wird dann ein direktes Symbol angezeigt. Sofern ihr eben mit der App verbunden seid. Ansonsten kann ich da aber auch vollständig auf das Video von dem Vorgängermodell, also von dieser Uhr hier, weiterleiten. Denn da habe ich das alles ausführlich erklärt. Das sollte eben einfach nur mein Update sein, dass es eben mittlerweile auch wieder ein neueres Modell gibt. Was sich aber ansonsten nicht großartig verändert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich jetzt direkt auf diese Modellvariante oder kaufe ich noch diese ältere? Das ist im Prinzip vollkommen egal. Ich finde nur persönlich bei der neueren, die Systemstabilität ist etwas besser geworden. Obwohl das bei der alten auch nicht schlecht war, auf keinen Fall. Ihr habt aber hier ein etwas anderes Gehäuse, was eben nicht 100% so wie es original aussieht, muss man vielleicht auch bedenken. Aber an sich habt ihr eben hier schönere Anzeigen, eine schönere Darstellung. Das funktioniert an sich also schon wirklich sehr, sehr gut. Vor allem auch sehr flott, sodass man auch hier sagen kann, geht man natürlich gleich auf die neuere Variante. Warum nicht diese 1-2 Euro, die sie mehr kostet. Das ist es auf jeden Fall auch wert. Also von daher, das soll es jetzt von diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zusehen. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Bleibt dabei, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video.